Hey Leute, heute gibt es keine Übung von mir, sondern heute gibt es 10 Tipps, wie ihr euren Wurf verbessern könnt und die bei jedem Wurf, bei jedem Werfer super, super wichtig sind. Los geht's! One Tipp Nummer 1, Fußstart. Eure Füße sollten schulterbreit stehen und die Zehenspitzen sollten immer zum Korb zeigen. Wenn die Zehenspitzen zum Korb zeigen, fliegt auch der Ball zum Korb. Two Tipp Nummer 2, Beinarbeit. Beim Wurf kommt die Kraft aus den Beinen, nicht aus den Armen. Heißt, vor jedem Wurf kräftig in die Knie gehen und wenn ihr werft, euch richtig gut rausdrücken. Wie gesagt, die Kraft kommt aus den Beinen. Two Tipp Nummer 3, Armstrecken. Haben wir ja auch schon einmal geübt. Den Arm am Ende eures Wurfes immer durchstrecken. Einstretten, die Fingerspitzen sind abgeklappt und zeigen zum Korb. Nur, wenn die Fingerspitzen zum Korb zeigen, fliegt auch der Ball zum Korb. Ja! Tipp Nummer 4, Ball fangen. Damit ihr gut in euren Wurfrhythmus reinkommt, ist es immer wichtig, dass ihr den Ball sicher fangt. Also versucht ihr nicht, irgendwie hier einhändig oder mit irgendwelchen coolen Tricks zu fangen, sondern sicher mit zwei Händen festhalten und dann in euren Wurfrhythmus gehen. Tipp Nummer 5, immer das richtige Ziel im Auge behalten. Bei jedem Wurf bietet es sich an, auf die hintere Seite des Rings zu gucken. Wenn ihr die hintere Seite des Rings anvisiert, fällt der Ball immer rein. Wenn ihr die vordere Seite des Rings anvisiert, werft ihr den Wurf ganz oft zu kurz. Tipp Nummer 6, Wurfhöhe. Je höher ihr euren Wurf ansetzt, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Ball reingegangen ist. Das hat sogar mal der Coach von Tick Nowitzki ausgerechnet, aber damit will ich euch jetzt nicht langweilen. Je höher ihr euren Arm nach oben ausstreckt und je höher der Ball in einer schönen Flugkurve auf den Korb zufliegt, desto öfter geht er rein. Tipp Nummer 7, ihr dürft keine Angst haben, Würfel übers Brett zu nehmen. Gerade wenn ihr so auf der 45 Grad Position ungefähr seid, bietet es sich sehr gut an, das kleine schwarze Viereck auf dem Brett anzuvisieren und darüber den Wurf sicher zu versenken. Da könnt ihr auch mal bei Dirk Nowitzki nachfragen oder mal hier, nachdem er das Workout fertig gemacht hat, bei YouTube eingeben. Der hat auch den einen oder anderen Wurf mal übers Brett getroffen. Tipp Nummer 8, es gibt gute und schlechte Würfe. Ihr müsst mit der Zeit lernen, gute Würfe zu nehmen und bei schlechten Würfen den Ball weiterzupassen. Ein schlechter Wurf wäre zum Beispiel, wenn euer Verteidiger direkt vor euch steht oder wenn der Pass, der zu euch kam, irgendwo hier oben landet, sodass ihr erstmal zwei Sekunden braucht, bis ihr den Ball hier richtig rangezogen habt. Ein schlechter Wurf wäre auch zum Beispiel, wenn ihr hinterm Brett steht. Irgendwie so Dinge. Auf der anderen Seite, ein offener Wurf ist immer ein guter Wurf. Kein Trainer der Welt wird sauer auf euch sein, wenn ihr den offenen Wurf genommen habt. Nein! Tipp Nummer 9, Wurfrhythmus. Rhythmus ist beim Werfen eines der wichtigsten Dinge. Sorgt dafür, dass wenn ihr einen Pass bekommt, dass ihr bereits in eurem Wurfrhythmus seid. Dass ihr zum Beispiel vorher einen kleinen Hopp gemacht habt, wenn ihr den Ball fangt oder 1-2 in euren Wurf geht. Das ist jedem selber überlassen. Das muss jeder auch ein bisschen selber für sich herausfinden. Aber wenn ihr euren Rhythmus herausgefunden habt, dann sorgt dafür, dass ihr vor jedem eurer Würfe in diesen Rhythmus reinkommt. Denn dann fällt euer Wurf viel, viel sicherer. Tipp Nummer 10, und das ist der wichtigste Tipp für jeden Werfer. Habt Selbstvertrauen in einen Wurf. Nur weil ihr mal einen Wurf daneben geworfen habt, heißt das nicht, dass ihr ein schlechter Werfer seid. Also werft weiter. Wenn ihr einen guten Wurf habt, dürft ihr den jedes Mal nehmen, auch wenn ihr die letzten 5 daneben geworfen habt. So Leute, das waren unsere Wochen, in denen es sich um den Wurf gedreht hat. Ihr habt hoffentlich ganz viel von diesen Übungen mitgenommen und seid selbstverständlich auch fleißig weiter am Wurf verbessern. Nur weil diese Woche jetzt vorbei ist, heißt das ja nicht, dass ihr mit dem Wurftraining aufhören sollt. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns natürlich bald wieder in der Halle, wo ihr dann allen zeigen könnt, wie viel besser euer Wurf geworden ist. Frohe Weihnachten, bleibt gesund. Frohe Weihnachten, bleibt gesund schön. bisraz Untertitelung des ZDF für funk, 2017